Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir sind heute im Drachenlager Basiscamp und hier gibt es einige neue Kartenbeschwörer und heute probieren wir zusammen Stevens herauszufordern. Es gibt neue Kartenbeschwörer-Herausforderungen in der Open World, die Abenteuerherausforderungen und hier ist es die Schärfe von Drachenklauen. Die Sonderregel hier, dein Unterstützungsplatz hat anfangs eine Yayoi Nanatsuki Karte. Hinweis, solange Yayoi Nanatsuki auf dem Feld ist, musst du zum Spielen einer neuen Artefaktausrüstungskarte, umso weniger Elementarwürfe verbrauchen, je mehr Artefaktausrüstungskarten auf dem Feld sind. Ja, das kann man natürlich dazu nutzen und sich daraus ein Deck bauen aus diesem Vorteil. Ah, und wir haben ja ein vorgefertigtes Deck. Ah, okay. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Das kann man anscheinend nicht wechseln. Interessant. Die Bedingungen, wir müssen siegen, wir müssen innerhalb von sechs Runden siegen und es dürfen keine zwei Figuren ohnmächtig werden, sonst kriegen wir nicht alle Glücksmünzen. Dann würde ich sagen, let's go. Unser Team ist sehr interessant. Wir haben Kaya, Twalin und die Elektrohypostase. Das ist auf jeden Fall ein Mondstadt-Team. Alles drei Gegner oder Figuren, Charakter, whatever aus ähm, Mondstadt? Yayoi, Nanazuki ist doch schon auf dem Spielfeld. Wie sagen wir sie jetzt nochmal auf der Hand? Okay, ich lasse sie jetzt mal da. Kann man die dann zweimal ausspielen, oder was? Hä, sie ist ja schon hier. Moment mal. Ich würde sagen, wir fangen mit der Elektrohypostase an. Ähm, hä? Ich bin dezent verwirrt. Ja. Hätte ich doch lieber mit Kaya angefangen. Also was macht sie jetzt nochmal? Würfelverbrauch minus 1 beim Ausspielen einer Artefakte. Zusätzlich für jede deiner Figuren, wird ein Würfel weniger verbraucht. Einmal pro Runde. Wenn ich sie zweimal ausspiele, geht es halt zweimal pro Runde. Äh, okay. Interessant. Naja, jetzt machen wir erstmal das hier. Ist das hier Welle 1 von 2, oder was? Oder ist das jetzt schon das Ganze? Es wirkt recht einfach. Wenn ich das mal so sagen darf. Was macht der hier? 2 LP wiederherstellen. Nämlich sagen, machen wir das hier. Und rüsten hier Dwalin noch aus. Und beenden unseren Zug auf jeden Fall als erstes. Diese zweite Elementarfähigkeit. Oh ne, der hat nur eine Elementarfähigkeit, ne? Schnick, schnack, schnuck, genau. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, dass du irgendwie dreimal angreifst. Du kannst halt auch nicht abbrechen. Genau. Du machst quasi 2, 2, 3. Das sind insgesamt 7 Schaden. Aber du kannst halt währenddessen noch einfach getötet werden, theoretisch. Hm. Oder halt lieber die Beschwörung. Hm. Na gut, erhöht den Würfelverbrauch des Gegners. Das ist in dem Fall relativ egal. Was macht der denn? Der macht jetzt 3 Schaden. Aber dann würde er ja wechseln. Also werde ich ja eigentlich fertig werden. 1. Ja, ich glaube, dann würde ich sogar fertig werden, oder? Jetzt greife ich nochmal an. Und dann wechselt er ja. Ja, ist halt ein bisschen verschwendet, weil der Typ hat halt nur ein Leben, ne? Das war jetzt, naja. Okay. Ja, und jetzt stirbt unsere... Ah, nee. Und jetzt ist er seinen Zug beendet. Okay, no mind. Dann hat es ja sogar gepasst. Genau, dann können wir jetzt noch auf Dvalin wechseln. Was macht seine... Was ist das hier? Ah, okay. Sein Debuff. Er bekommt jetzt mehr physischen und mehr Animo-Schaden. Okay, interessant. Okay. Okay. Ich merke gerade, aus irgendeinem Grund habt ihr keinen Sound. Und ich verstehe nicht, wieso. Okay. Interessant. Meine Aufnahme spinnt. Jetzt geht's wieder. Nice. Schade, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Sorry dafür. Ich habe es bis jetzt nicht gemerkt. Oh mein Gott. Ja, ich hatte halt Sound, deswegen ist es immer schwierig. Okay, was macht das hier? Das braucht man eigentlich gar nicht, weil er kriegt ja so auch schon vier Schaden, ne? Er kriegt so sogar schon vier Schaden. Wow. Und Dvalin scheint echt stark zu sein. Nicht schlecht. Also Schaden plus zwei ist schon echt krass eigentlich. Und gewonnen. Ja gut, Stevens war unser Gegner. Das war jetzt nicht besonders schwierig. Also wir müssten auf jeden Fall auch alle Bedingungen erfüllt haben. Genau. Ja. Na gut, das war jetzt nicht besonders schwierig, die Herausforderung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber falls doch jemand von euch Probleme dabei hatte, dann hoffe ich, konnte ich euch hier ein bisschen weiterhelfen. Ich habe im Kartenspiel verlaut und meine Forschung ist auch nicht vorangekommen. Hey je, was soll ich nur tun? Mach dir nichts draus, Stevens. Ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Nein, Spaß. Okay. Na gut, das war Stevens. Ich sage danke euch für mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.